Hallo Youtube und willkommen zu einem neuen Video auf Unboxing Satox. Ich habe heute für euch die zweite Box Tsubaki, diese ist auch bei Peppermint Anime erschienen. Es geht auch wieder 600 Minuten, das heißt 10 Stunden, ist diesmal im Format 16 zu 9. Ja, packen wir mal aus, ich habe das schon mal ein kleines bisschen angerissen, dass ich nicht so lange rumfummeln muss und ja, holen wir das alles mal raus, gut, so da haben wir es dann nochmal die Box, sieht dann so aus, dann holen wir mal raus, da haben wir dann schon das Inlay, sieht diesmal so aus, ja, gut, oi, diesmal keine lose DVD, ja, hier haben wir auch wieder die DVDs, DVD 1 und diesmal sehen auch wieder alle DVDs gleich aus, gut, ja, das war das Unboxing zur zweiten Box von Baki, ja, die erste werde ich nochmal im Video jetzt so verlinken, die könnt ihr euch dann gerne nochmal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ansonsten bis zum nächsten Video, Tschüss.